Hallo miteinander, heute möchte ich euch etwas erzählen von Online-Inseln. Also ich brauche das Handy fast in jeder Lebenssituation, beruflich wie privat, vor allem um abzumachen mit Kollegen oder wenn ich von A nach B fahren will oder einfach mit alles. Überall brauche ich das Handy. Aber über mich habe ich gemerkt, dass ich eine Ruhepause brauche, dass ich mal ein bisschen Abstand vom Handy nehmen will. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mir Online-Inseln zu bauen. Das heisst, ich habe mir überlegt, wenn ich meine Ruhezeiten will haben und ich einfach nicht gestört werden will. Und habe angefangen, allen meinen Leuten zu zeigen, von wann bis wann ich erreichbar bin. Und habe dann angefangen, in der Nacht das Natel abzustellen. Und auch über Mittag bin es mir gegessen am Mittagstisch. Und ich einfach das Handy bei Seite legen und nicht erreichbar bin. Und so tue ich mich eigentlich ein wenig distanzieren, von allem und bin eigentlich zufrieden mit. Ich hoffe, ihr könnt euch auch ein paar Tipps von dem herausnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch. Und über jeden Kommentar freue ich mich so oder so. Ciao, ciao. Vielen Dank.